So Leute, kommen wir mal zu meinen Videos, zu meinen Contents. Ich mache allgemein verschiedene Videos, also nicht so ähnliche Themen, wie andere das immer machen, wegen ihrer Kommunikation und so alles. Aber bei mir ist das nicht möglich. Ich mache, was ich will und was mir halt so gefällt. Was mir also Spaß macht. Ich achte eher auf mich. Darum mache ich verschiedene Videos, Leute. Ja, wenn euch verschiedene Videos so gefallen, dann könnt ihr gerne mich abonnieren und folgen. Ja, weil es gibt manche, viele Leute, die halt immer gleiche Linie halt Videos sehen wollen, aber bei mir ist das nicht möglich. Bei mir könnt ihr euch immer überraschen. Ja, es kann jede Art von Videos von mir kommen. Ja, ja, das ist das. Das ist halt meine Spezialität. Ich mache das halt für mich selbst, weil mir macht es auch Spaß, verschiedene Videos zu machen, Leute. Ja, das gefällt mir halt. Ich achte halt sehr auf mich halt, was mir Spaß macht, was mir Bock macht, dann mache ich das auch. Ja, Leute, wenn euch, wie gesagt, das gefällt, was ich mache, wenn ihr auf sowas steht, auf verschiedene Videos, dann könnt ihr gerne mir folgen, abonnieren, meine Kanals durchchecken, Leute. Ja, Leute, wenn nicht, dann nicht halt. Ja, wenn das euch nicht gefällt, dann ist das eben so. Ja, kann man nichts halt ändern. Ja, da dran. Ja, Leute, so ist das, Leute. Okay, Leute. Ja, noch eins. Bei mir ist es so, ich achte auf Kommentare nicht, ich achte auf Likes nicht. Ich mache diese Videos alle für mich selbst. Ja, alles für mich selbst, falls ich darauf Lust habe. Darum mache ich diese Videos, Leute. Ja, klar, wenn da Likes ist, dann ist da da Likes, dann ist es immer gut, Likes und so alles. Ja, Kommentare. Aber ich achte nicht unbedingt auf Likes, auf Kommentare. Ja, Leute, das müsst ihr mal wissen. Ja, Astro S ist halt ganz anders mit Videos. Ja, immer mit verschiedenen Videos am Start. Ja, weil so finde ich das besser. Ja. Ja, manche haben halt Community und dann musst du ihnen immer gleiche Linie folgen. Ja, ja, obwohl die, auch wenn die was anders halt auf andere was Bock haben, können die nicht machen, weil Community will das nicht, dann gibt es Community kaputt. Nein, ich bin so einer. Ich mache, was ich will. Ciao, Leute. Hadi. Macht's gut. Astro S. Grüßt euch. Ciao. Ciao. Ciao.